Wir Busmannshausen Musikanten haben vom 19. bis 21. Juli das Gartenfest. Da haben wir am Freitag Arbeit Strohwohnen. Und wer das nicht kennt oder wer das letzte Jahr gesehen hat, der kennt sich jetzt irgendwie, wie es da abgibt. Ab 6 Jahren darf ich dann unsere kleinen Fans im Strohwohnen und ab 7 die Erwachsene. Die Erwachsene spielen immer in Dreierteams gegeneinander und die Gewinner erwarten super Preise. Das leibliche Wohl ist auch bestens gesagt und nach dem Strohwohnen gibt es die After Wohler Party mit der schwäbischen Band Schnorkelstich aus Schöneburg. Dann sehen wir uns am 19. Juli auf dem Busmannshausen Gartenfest. Zum Wohl!